Ja, ja, ist gut, kann ich so lassen. Ok, gut. So, du kannst weitermachen. Darf ich ab? Darf ich wieder tanken? Ich wollte gerade den Gwadort was testen. Das macht dir doch so Spaß. Ja! Geht so. Das schaffst du nicht mehr, Gwadort. Ja, bist du sicher? Ich will ja nicht mehr so voll durchziehen. Ja, du. Ich brauche immer noch die paar Sekunden, ne? So, nimm dir ein Beispiel an Shari. Ich denke nicht. Naja, aber du hast jetzt ja die Akku, habe ich gehört. Jaaaa. Ich habe zwei Hände an, du, Bob. Guck mich da an, Gwadort. Och, Mensch. Bleib stehen, ich kenne nichts mehr. Oh, 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 Shari. Ach, ich habe vergessen. Ach, herrlich. Ich habe vergessen, dass ich bei neun rennen muss. Zaun zieh die zwei Hände. Jetzt wird das hier persönlich mit Gwadort. Soll ich dir einen Buff geben, Shari? Wolltest du denken? Natürlich. Ja, ich denke jetzt. Ach, das sind nur Karten. Die Trash-Truppen, die nach einem Feuerbaum gefallen sind. Da hat Junior, wer den nicht holt. Was denn? Ja, garantiert Opa. Der kann sich mal nicht erwarten. Ja, genau. Oh, ich hatte keine Quälerei gehabt, ne? Mach doch nichts. Das ist aber nicht schlimm. Das sind ja nur Karten. Du hast kleine Viehzeug. Ach man, muss ich jetzt fallen. Läuft doch alles. Ach ja, auf den großen Worten noch einmal, oder ziehen wir die Grubbeln? Was? Bis beide zusammenstehen und dann nehmen wir beide. Nein, ich kann es nicht. Wohl lieber, der andere hat er ab. Komm, Gwadort. Streng dich mal an hier. Ich hab keine Machtpunkte. Ich kann nichts machen. Oh, immer die Ausredung, ne? Ja. Aber jetzt habe ich eingezogen. Ist ja leider tot. Er hat jetzt zu wenig Lebenspunkte. Probier ich in das blöde Gewitter rein. Okay, ich geh mal bitte aus dem Vieh. Was? Warum nur das Gewitter? Ich hab da Bappel. Nicht vorhandenen Droiden. Was? Das war alles wie Öl. Ja, aus dem kenn ich. Ach, wir haben hier drei Heiler. Drei Heiler? Ja, ich kann auch noch ein bisschen mitheilen. Wenn ich soll. Also eins, zwei, drei. Aber ich... Ja, drei Heiler. Hier, Rehla kann auch heilen. Na ja, gut. Gut, ich kann so viel heilen, wie der... Wie wahrscheinlich voll killt. Also gar nicht. Na. Kannst du das nicht sagen. Die Heilung wird dann erst spürbar, wenn wir an der... Mächtiger Tank? Nimmst du das Vieh jetzt oder so? Ich weiter tanken. Hier. Harry, bitte nicht das Rind vergessen, ja? Ja, wir haben einen Tank. Ach, komm mal sonst, ich komm zu dir. Echt jetzt? Das ist aber freundlich. Der kommt schon von ganz alleine, da muss ich gar nichts machen. Jetzt kommt er zu mir. War der random? Ja, ne? Eigentlich nicht. Sieht so aus, wie ich schon auch nie denkt. Okay. Was gar nicht wahr. Der greift ab und zu Wendem, ja? Der ist verbuggt. So heißt das. Verbuggt, die Ausrede. Ja. Ja, random Akro halt, ne? Ja. Krieger wollten wir ja nicht ziehen. Wollen wir nicht? Schade. Siehste? War ich jetzt mit Volkhild mit, äh... Hab ich gelangt. Ich renne jetzt nicht um die Ecke und holz sie die Blume. Ah, jetzt kommt die... jetzt kommt die Pflanze. Ach, Quallot. Da stirbst du. Ja, weiß ich nicht. Wenn der Heiler gut ist, sterbe ich nicht. Na. Kann ich meine Heilung mit anwerfen? Der sterbt alle. Ich sterb nicht. Toll. Wenn ich das vom Heiler schon höre, also... Der Heiler stirbt hoffentlich. Schade, gib dir mal. In 17 Sekunden kriegst du was von mir. In 17 Sekunden bin ich längst tot. Achso, wer tankt denn? Ja, merke ich schon. Schade. Okay. Da passt ja alles. Leute, ich verabschiede mich. Jo. Jo. Endlich. Tschüss. Ich merke auch, der trägt ja einen schönen Kopf, diese Popiler. Mhm. Der gehört mir auf Bestraft gesetzt. Ja, und das müssen doch gut sein. Darin, was ist das Ziel? Würde ich mit meiner Heilung hier unterstützen, würde ich ja gar nicht so recht kommen. Ich hab grad ein bisschen, äh... Fäderei vergessen. Legs? Fuck der Bosse? Ne, ne. Ich hab Fäderei vergessen zu benutzen. Aha, und jetzt? Für Fehlratte. Was ist das denn? Ich hab doch Akku, der steht bei mir. Ja, aber der hat keine Fiend Stacks mehr drauf, jetzt muss ich die wieder rauf tun da. Kommt der Mist, ey. Jedes Mal, wenn er sich bewegt, gehen die Dinger runter. Und die Tickern so schön mit 80k sein Leben weg. Ja, da muss der was sagen. Dann benutze ich doch den, äh, hier Sport. Ach, Mist. Sind doch keiner gestorben, was wollt ihr denn? Na, war ich. Ich arbeite noch dran. Ich arbeite noch dran, dass keiner stirbt. Äh, so, mach mal kurz weiter, ich hol mir was zu trinken. Ja, es war knapp ohne Doppelwärtsch dort gewesen. Ohne Doppel wär auch ich tot gewesen. Habe ich noch Kirchenbuffs drauf? Das ist... Oder ist die Stunde schon um? Du hast du noch drauf. Okay, du hast keine mehr drauf. Doch, du haste drauf. Du haste drauf. Du haste drauf, du haste drauf. Ja? 47 Minuten noch. Sehr gut. Du haste drauf. Er Linken zu Orsdmann? Ja, du haste drauf. Ja. Ich bin dafür, dass du tankst. Hm? Ich bin dafür, dass du tankst. Mhm. Da kann ich wenigstens die anderen Ruhe mitteilen. Wenn ich bei mit dir nur die Schöne gekauft brauche. Was heißt hier in Ruhe? Sind wir beim Kaffeekränz schon? Hm, ja. Steck dich mal ein wenig an, du willst ja auch ein wenig was zu tun haben. Du liebst doch die Herausforderung, oder? Bist doch mehr so'n Typ, der auch mal gern richtig gefordert wird. Ja, normalerweise schon, aber nicht heute. Kommt jetzt bitte so'ne lustige Orchidee? Ja. Komm mal schnell, Mana. Zing. Warten wir mal auf Shari, hm? Wieso hast du eigentlich keine Zweihände an, Opa? Hä? Wieso du keine Zweihände an hast? Weil ich eigentlich ein physischer DD bin. Ja. Genau. Und die physischen Attacken so extrem... Entschuldigung. Ähm, die physischen Attacken gehen mit der Zweihandwaffe extrem nach oben. Also im Manaverbrauch. Mach ich 3-4 Schläge, da ist die Mana weg. Ne, du hast aber auch viel mehr Mana. Nein, du hast mehr Glaube auf der Zweihandwaffe. Ja. Du hast ja natürlich auch viel mehr. Ja, aber das, was ich an Mana dazu bekomme, ist weniger als das, was ich verbrauche dadurch. Ne. Ne. Also um ein Drittel geht mein Manaverbrauch hoch und vielleicht um 2000 Punkte. Auf was wartet ihr? Ich dachte, ihr habt die Pflanze plattgemacht. Auf dich Shari, damit du sie wieder lustig tanken kannst. Na gut, ich habe sowieso keine Machtpunkte von mir aus. Oh, sogar ohne Machtpunkte schaffe ich das. Ja, jemand hat gezogen und ich war nicht dran. Ja, das ist ja wohl deine Schuld, wenn du nicht da bist. Da kann ich doch nichts für. Soll ich dir eine Einladung schicken? Ja, klar. Doch. Aber hier schöne Blumen und so weiter, ne? Blumen? Pralinen sind auch nette, also ja. Ich glaube, da ertrage ich lieber die Blume, die ich hier hinweg knabbern will. Kann ich vielleicht den... Kann man das blockieren? Ja, klar. Komm. Favorin. Ja, nix da. Was soll ich machen? Naja, komm. Immer wenn ich Aggro habe, dann hast du nix. Naja, das ist der einzige Grund, warum du Aggro hast, das hast du richtig erkannt. Ja, mich nicht heilen, also... Mich könnte so mal heilen, sonst kipp ich gleich um. Würde ich auch mal so sagen, also... Die mag ich zuerst heilen, die anderen heilen ein bisschen aus. Ja. Ich kann leider nicht ohne Fahna-Effekt, kann ich nicht heilen. Was ist das für eine Ausdivation? Keine Effekte, keine Machtpunkte, was kommt denn jetzt? Ist der backter Boss? Quallot. Traurig. Ich weiß, ich weiß. Jetzt hätte ich richtig Schaden machen können. Jetzt ist er auf unter 25%, aber nee. Dieser Heiler lässt mich verrecken da. Incompetent. Okay, da kriegt keiner eine Heilung mehr. Hat sich grade verspielt. Ja, ob ich jetzt so keine Heilung mehr kriege oder so, keine Heilung mehr kriege. So, den Effekt will ich jetzt nicht. Ach, wie ich diese Sprüche vermisse. Ich kann mich nur erinnern, wie ich damals der Heiler war. Wir sehen das bei der nächsten Pflanze, wie das abgeht. Kommt noch in der Schliff, ne? Doch, doch. Ja, den Boss kannst du nicht als schwer bezeichnen. Ja, aber die einen, da lass ich, mach ich mal keine Heilung auf, Quallot. Also so wie jetzt, ne? So, Shari, jetzt entscheiden. Tanken oder nicht? Öh, jetzt hab ich dich angeheilt, also. Keine Ahnung. Wie, keine Ahnung. Du wirst wissen, ob du tanken willst. Naja, komm, mach du. Wenn die jetzt sterben, dann bist du feiner Schuldenmeister. Einen Moment bitte. Also, Quallot. Ich würd dir jetzt empfehlen, sowieso zu liegen, ne? Weil du stirbst bei einem Boss sowieso. Naja, klar. Ich hab letztens mit Arkman Loctis was gelernt. Was? Du bist Lammfisch. Quallot hat wieder einen Bug entdeckt. Vorsicht, ich nehm hier auf. Ach, der Rehler macht mir ja Brote. Gute EFV. Ich bin der Ehemann. Du bist die Frau. Doch. Das wurde nie bewiesen, also. Guckt euch mal an. Ja, also. Ist doch recht eindeutig. Klatsch, klatsch. Greif ihn mal am Schritt, dann weißt du es. Ey. Von uns zwei trage ich keinen Rock. Ich hab keine Katzenöhrchen an. Und sie. Du hast aber hier keine Ahnung. Ja. Dafür seh ich am besten aus. Dafür seh ich am besten aus. Komm schon an. Der hat mich auf. Du hast dich nicht erkannt. Du hast damit dann kaum noch was verletzt. Dann bleibe mal. Du hast mich einiger. Dich nicht er fragmentiert. Du hast es gefragt. Du hast ihn nicht erkannt. Du hast ihn. Du hast ihn. Daher will ich mich sehr gingen. Der kommt mal mit. Tja, Carlott, der Pool war im Weg. Er hat das Beckenrand. So, ihr könnt euch hier hinstellen. Oder die Caster zumindest. Ach so, du darfst den Driss. Ich finde das Schwachsinn. Was macht denn das nochmal? Ja, der viert dich sowieso. Was, vieren? Der viert. Das macht er dann auch nicht, Javi. Der machte das sowieso nicht, oder? So. Der viert. Hast du irgendwas hier, Matla, dass du das unterbinden kannst? Ja, hat der grad gemacht. Gut. Gut. Ja, aber. Kannst du nicht, Latank, Latank. Weißt du, ja. Der Eis-Mitte-Ora ist schon auf den Fingern. Ja, aber der war noch hinter ihm. Der fährt hinterher und wartet bis er beim Tank ist. Und wenn er denn beim Tank ist, schlägt er erst ein. Ja, ne. Mit wie viel K schlägt er rein? Boah, lächerliche 300. Ah, cool. Wenn er sich da blindst, dann gehen wir nicht mal die Stacks runter. Sehr schön, dann bringen wir die mal gleich auf 10. Dann der Bastard. Jetzt muss ich den Schari nehme ich an, oder? Ja. Ja. Das wird wieder aufnacken, oder? Das wird wieder aufnacken, oder? Das wird wieder aufnacken, oder? Ja. Wb, Schari. Du, dann gut. Deine Vollkilled hat ein Dot. Und lebt er noch? Ja, ja. Die mehr lange. Ja. Ja, lass den bei 1% leben. Du stehst doch daneben, was willst du denn? Ich bin ausgelockt. Nichts, du bist doch drin. Ja, jetzt bin ich drin. Oh, seid ihr nett. Ihr habt ja doch gewartet. Ja, nur extra für dich. Ja. Hab sogar 12% leben übrig gelassen. Mhm. Hab gedacht, besser ein bisschen mehr. Ja. Mann, bin ich jetzt auf Platz 4 gefallen. Abolge mal bitte dein Bubble. Die hatte ich schon im Kampf gewonnen. Äh. Ich musste die im Kampf ziehen ohne Heilung. Ja, was sind das? Einer, der keine Heilung hat. Das sind doch die normalen Brotzeiten, ne? Die wir jetzt haben. Ja, wenn du die ganze Gruppe nicht heilst, vielleicht sogar den Denker heilt. Wenn, also wenn mein Leben bei 10% runtersackt. Ich hab alle gehalten. Ach, nö. Ne, das ist Stufe 2 jetzt. Was wir haben. Wahnsinn. Der hat mir nämlich 2 Reihen jetzt gemacht. Ja. Ja, ja. Oh, Opa. GZ. Bist tot. Ja, das... Boah, Albania hat alle gehilft. Oh, normaler kann ich nichts machen. Oh, normaler kann ich nichts machen. Sorry. Böre Heiler. Also... Heiler. Bei... Da, was kann ich nicht schaffen, wenn jetzt auch viel Alana verbraucht. Wir machen Spaß. Ich für dich. Hehehe. Danke. Ach, Quallert. Ich versenke dein Schiff noch. Ja, werde ich gelesen. Warte. Ja. Als Member on Board vielleicht. Aber nicht als Gegner. Reda, musst du was sagen? Das ist echt. Ich habe nicht gesagt, will ich das Schiff versenken, ne? Ja, nimm mal lang. Meins versenken, Quallert 1. Nimm mal lang. Ja. Nein. Ja, nimm mal lang. Ja, nimm mal lang. Das ist eine Rolle. Nimm mal lang. Ja, nimm mal lang. Ja, nimm mal lang. Ja, nimm mal lang. Nimm mal lang. Ja, nimm mal lang. Ja, nimm mal lang. Nimm mal lang. Ja, nimm mal lang.